Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Basti Uncut. Heute soll es um ein Thema gehen, das mich immer mal wieder beschäftigt in meinem Leben. Und zwar um das Thema Anerkennung. Anerkennung aus dem sozialen Umfeld, aus der Familie, also ganz allgemein. Und zwar bin ich jetzt aktuell darauf gekommen, weil ich letztens ein Gespräch mit meiner Freundin hatte. Da ging es um das Thema Hochzeit. Viele von euch wissen ja wahrscheinlich, dass ich jetzt mittlerweile 29 Jahre alt bin. Und ja, diese ganzen Themen halt immer konkreter werden. Also für mich war das sowieso schon immer ein Thema, nebenbei gesagt. Ich habe schon mit 14 in mein Konformationsbuch geschrieben, dass ich später mal eine Familie und ein Haus haben möchte. Und ja, wir haben also darüber geredet, beziehungsweise ich habe ihr erklärt, dass es irgendwie ein schwieriges Thema für mich ist. Also nicht das Heiraten an sich, sondern im Hinblick auf die Anerkennung. Also man stellt sich eine Hochzeit halt so bilderbuchmäßig vor, dass die Eltern anwesend sind, die Freunde alle anwesend sind. Und ja, alle möglichen Leute, die irgendwas mit einem zu tun hatten in dem bisherigen Leben. Und ja, ich habe so den Eindruck, dass es dann darum geht, sich auch feiern zu lassen. Was auch irgendwie logisch ist, so nach dem Motto, derjenige oder diejenige, die jetzt da heiratet, die haben es einfach geschafft. Die haben irgendwie ihr Leben auf die Reihe gekriegt, die haben vielleicht Kinder in die Welt gesetzt und jetzt heiraten sie. Und ich glaube, das ist selbst in unserer heutigen modernen Gesellschaft noch ein wichtiges Statussymbol und eine wichtige Tradition. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Und ich finde das auch wichtig und ich finde das auch richtig so, dass man Leute dafür feiert, dass sie was erreicht haben und dass sie sich für eine feste Bindung, für eine richtige Beziehung entschieden haben. Gerade das wird immer seltener, hat man das Gefühl. Kaum jemand will sich binden, vor allem junge Menschen nicht. Deswegen, das ist so das Grundsetting, was ich damit verknüpfe, so mit diesem Vorgang einer Hochzeit. Ihr könnt mich auch gern korrigieren, wenn ihr das ganz anders interpretieren würdet. Aber das ist so das, was ich damit verbinde. Und da ist mir jedenfalls eingefallen, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die meine Geschichte bzw. mein Leben von Anfang an verfolgt haben. Also, es ist bei mir halt nicht so eine, also ich habe nicht so eine Bilderbuchfamilie, so wie es vielleicht bei vielen von euch der Fall ist. So, die Eltern sind da und man sieht sie regelmäßig und man versteht sich mit ihnen. Und vielleicht sind das sogar Vorbilder für einen. Das ist alles deutlich schwieriger bei mir gewesen und es ist immer noch, da kann ich auch mal irgendwann ein extra Video zu machen, wenn euch das interessiert. Hat natürlich auch irgendwo dann ganz klar einen Bezug zu der Depression und alles, was damit zusammenhängt. Aber, wie gesagt, mir ist halt aufgefallen, dass es auf jeden Fall nicht meine Eltern sind, die mir dann Anerkennung zollen würden. Also, selbst wenn ich sie einladen würde zu der Hochzeit und selbst wenn sie irgendwie stolz wären aus ihrer Sicht auf mich. Ich glaube, das würde mir nicht viel bringen, weil man wünscht sich natürlich, dass man die Anerkennung von jemandem bekommt, den man selbst richtig gut findet. Also, versteht ihr? Es bringt mir nichts, wenn mir irgendjemand Anerkennung oder Respekt zollt oder was auch immer, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Oder, ja, zu dem ich nicht so den Bezug habe. Und, ja, das ist mir dann klar geworden in diesem Zusammenhang. Dass es niemanden gibt, der von Tag 1 bis heute an meiner Seite war und ist und das Ganze so in einem Gesamtkontext setzen kann. Der dann sagen kann, wow, Basti, krass, ich habe Respekt vor der Leistung. Du warst seit 2012 extrem krank und hattest da Hürden, familiär und dann ständig Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind. Und jetzt stehst du hier vor dem Altar und es sieht so aus, als würde dein Leben jetzt irgendwie, als wäre dein Leben geregelt und als wärst du jetzt angekommen. Dieses Ankommen ist sowieso so ein ganz großes Thema in meinem Leben. Diese Person gibt es nicht, die quasi hinter mir steht und mir auf die Schulter klopft und sagt, Respekt, hast du echt richtig gut gemacht. So, und das ist mir jetzt erst klar geworden. Ich habe da schon immer mal wieder nachgedacht oder habe darüber immer mal wieder nachgedacht. Aber ich habe das Gefühl, jetzt wird das halt dieses Szenario langsam immer konkreter. Und, ja, weil es eben konkreter wird, werden halt auch meine Emotionen dazu konkreter. Und, ja, meine Freundin hat natürlich versucht, mich zu beruhigen. Also ich habe richtig wieder so einen kleinen Nervenzusammenbruch bekommen, wie man das von mir kennt oder wie sie das von mir kennt. Ich habe halt geweint und so. Und, ja, in diesem Zusammenhang stellt sich halt generell die große Frage, für wen tut man das, was man tut? Für wen studiert man? Für wen macht man eine Ausbildung? Generell diese ganze berufliche Schiene. Für wen setzt man Kinder in die Welt? Für wen heiratet man? Für wen kauft man sich ein tolles Auto? Oder was auch immer. Macht man das für sich, um selbst irgendwie glücklich zu werden oder zufrieden zu werden oder in seinem Leben ein Stück weiter zu kommen? Oder macht man das für andere? Also ich spreche gar nicht mal von Angeberei oder vom Protzen oder so. Darum geht es mir nicht. Da ging es mir noch nie so wirklich drum. Sondern ich glaube, da spricht quasi ein Stück weit das Kind in mir, dass sich einfach wünscht, so diese klassischen Eltern zu haben oder irgendwelche anderen Bezugspersonen, die einem diese Anerkennung dann entgegenbringen. Aber es ist natürlich gefährlich, das ist mir auch klar, Dinge immer nur zu machen, weil andere Menschen sie erwarten. So bin ich ja auch damals quasi in die Ausbildung gerutscht. Und ja, den Rest der Geschichte kennen ja viele von euch wahrscheinlich. Ja, also das ist jetzt, das ist die ganz zentrale Frage in dem Zusammenhang. Es gibt ja auch einfach bestimmte Dinge, die mache ich gar nicht für andere, sondern die mache ich schon, weil ich es will. Aber ich würde mir trotzdem wünschen, dass Leute aus meinem Umfeld dann halt das irgendwie anerkennen und stolz auf mich sind. Das war schon immer ein wichtiger Antrieb für mich. Also Lob, Anerkennung, Respekt und sowas. Und ja, ich merke auch, wenn das ausbleibt und wenn ich das Gefühl habe, niemand interessiert sich für das, was ich da mache oder niemand interessiert sich für meine Erfolge, dann lässt meine Motivation auch ganz schnell wieder nach. Also das ist quasi wie so ein Hund, der irgendwie da sein Stöckchen immer wieder zurückbringt zu seinem Herrchen und ja, dann irgendwie eine Belohnung dafür erwartet oder so. Ich glaube, so kann man das sehen, wenn man das so auf die Basis runterbricht. Und ja, jetzt wird es darum gehen, dass ich lerne, damit umzugehen und dass ich mehr einfach für mich selbst tue. Vielleicht auch ein Stück weit für meine Partnerin, wie auch immer oder für Freunde. Aber ich muss jetzt halt lernen, dass es völlig utopisch ist, zu erwarten, dass da jemand ist, der einen schon ewig beobachtet oder schon ewig dabei ist. Weil das ist nun mal super unrealistisch. Also es gibt halt heile Familien mit Eltern und so und ich gönne das auch allen Menschen, die sowas haben. Und für die das dann ein super ergreifendes Gefühl ist, wenn ihre Eltern bei der Hochzeit dabei sind oder so. Ich gönne das allen Eltern und ich gönne das auch allen Töchtern und Söhnen, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe das halt nicht in der Form. Und ja, ich muss jetzt einfach lernen, damit umzugehen. Also die Person in meinem Umfeld, die noch am ehesten so ein Gefühl in mir auslösen könnte, wäre tatsächlich meine Therapeutin. Obwohl die ja eigentlich gar nicht so diese persönliche Ebene zu mir hat oder diese persönliche Verbindung. Auch nicht haben darf, weil das könnte schädlich sein für das Therapeuten-Patienten-Verhältnis. Aber da hätte ich noch am ehesten das Gefühl, dass sie zum Beispiel stolz auf mich wäre und ich davon profitieren würde, emotional. Also ich hoffe, ihr versteht, das ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert vielleicht. Aber es gab solche Momente auch schon tatsächlich in der Therapie zum Beispiel so annähernd zumindest. So, dass sie gesagt hat, sie ist stolz darauf, wie ich mich entwickelt habe. So, als ich dann halt so eine richtig stabile, gute Phase hatte. Da war sie, glaube ich, echt ein Stück stolz auf mich und hat mich gelobt. Und da habe ich gemerkt, dass das was mit mir macht im positiven Sinne. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte euch davon erzählen und wollte das jetzt auch mal so in den Raum werfen. Ich würde von euch gerne wissen, wie ihr das seht, ob ihr auch aus der Erwartung von anderen eure Motivation zieht und dann sozusagen die Anerkennung und Respekt eure Belohnung ist oder ob ihr es wirklich schafft, alles oder vieles in eurem Leben nur für euch zu tun. Also ich bin auch wesentlich weniger motiviert, zum Beispiel, wenn ich Single bin. Wenn ich nicht mal eine Partnerin habe, für die ich was tue. Also ich brauche immer diese Rückkopplung von außen. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf, wie ihr das seht. Ob ihr vielleicht da einen Denkansatz habt, der mir helfen kann. Oder irgendeine Lebensphilosophie, irgendeine Lebensweisheit. Ich kenne ja meine kleine Community. Da gibt es öfter mal wirklich hilfreiche Hinweise. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Und ja, jetzt in der nächsten Zeit werden hoffentlich wieder regelmäßig Videos kommen. Es sind auf jeden Fall schon Videos geplant. Also Themen, die ich mir notiert habe und über die ich gerade nachdenke, überlege, wie ich die am besten umsetze. Und es wird auf jeden Fall eine ziemlich große Neuigkeit geben. Die erfahrt ihr höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge, nächste Woche. Und ja, an dieser Neuigkeit werden dann auch weitere Dinge noch geknüpft sein. Aber lasst euch einfach überraschen. Ich wünsche euch erstmal eine gute Woche und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.